Ich bin vor einer Sekunde reingekommen, komm her, komm her, komm her, komm her, Franzi, oh mein Gott, oder was? Hey, ich steh da nicht so rum, komm, du musst weiter nach hinten hin, weißt du ja, wegen der Entkunft, was gerade passiert, der Kamera hat sich gerade so, ja, warte gleich, der André macht heute wieder mit, der findet es auch gut, Junis zu verarschen, es verkackt, ähm, wir werden heute, Junis bringen, genau, und zwar machen wir das so, ich schmiere Sabrina hier jetzt Fake Blut hin, das war nicht ich, war ich das, nein, das war ich, und dann, ähm, tun wir so, als wenn Junis sie geschlagen hätte, Und dann lügt André, er sagt nämlich, dann so, ja, Junis, das habe ich gesehen, dass du eh eine geboxt hast, aber Junis ist, ähm, wie immer, vorm Video, fast auf dem Klo, aber er weiß ja eh nichts davon, aber immer so, aus Zufall, immer wenn wir Videos trennen, ist er auf dem Klo, ne? Mhm. Ey, immer so. Okay, gut, ja, los, fängst du an, oder ich? Nein, wir gehen, glaube ich, nachher. Ich hoffe, dass es richtig gut sieht. Oh, ach, so schön. Warte. Warte, nicht so. Ja, das wirst du los, das nicht. Legg hier, legg hier. So, ich schliess. So, ich schliess. Kommt hoch, du sagst, Junis, geht's noch? Lass deine Schwester in Ruhe, die Arme, und dann ziehst du mich so weg, ja? Und dann falle ich so hin, okay? Und dann mach ich so, äh, und hast du über dich gestärben, okay? Really, nigga? Meise? Ich habe auch richtig wenig geschluckt. Meine Lippen brennen so tolle Fassenglöse. Junis! Du kannst hochkommen, so, komm her. Schneide das, ne? Ja, du musst nach Hause bin, ne? Und dann, so, bevor du reinkommst, du schreist, Junis, auf! Und einfach sagst du, Junis, du kannst halt zuerst mal zu Junis zum Beispiel, äh, äh, den sagst du, äh, äh, Junis, hör auf, legst du bitte in Ruhe und dann, und dann, HAUF, Junis, ahhh! André, Junis, hör auf! Und es wird eskaliert. Und immer, hier, immer hier stehen, immer hier stehen, immer hier stehen. Und du sagst, was ist los hier, ne? Und dann sagst du, Halt, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, und dann geh ich hoch, okay? Junis, komm hier hoch. Nein, also nein, du hast, äh, komm hoch, und du sagst, Junis, geht's noch? Lass deine Schwester in Ruhe, die Arme. Und dann ziehst du mich so weg, ja? Und dann falle ich so hin, okay? Und dann mach ich so, äh, und dann würde ich gleich sterben, okay? Nein, aber es muss doch so aussehen, als wenn er dich geschlagen hätte. Ja. Weißt du, wie ich angeschön bin jetzt? Junis, hör auf, um dich zu pusten. Ich hab so direkt... Nein, nein. Mann, lass mich hier noch... Junis, hör auf, Mann! Das ist deine Schwester, brah, hör mal auf jetzt. Was ist denn da ich? Junis, Halet! Halet, komm mal bitte! Was passiert mit dir? Halet! Warum lachst du? Junis, hör auf, Mann! Was lachst du für kackt, Junis, was kannst du dich machen? Was kannst du dich machen bei deiner Schwester? Ja, dein Nasenblut ist richtig. Oh Allah. Wer war das? Wer war das? Oh Allah, oh Allah. Junis! Ich bin gerade, ich bin gerade erst reingekommen. André, wer war das, André? Wer war das, André? Junis, war das... Ich war, ich bin gerade erst reingekommen. Junis, ich bin vor einer Sekunde reingekommen. Komm her, komm her, komm her! Was ist Junis ohne Brotten oder was? Das war André? Ich bin gerade erst reingekommen. Wie selber, wie? Ist das selber, Junis? Das war selber, André, wer war das, André? André, wer war das? Junis, Junis war das. Sag dir ein bisschen bescheuert, oder was selber? Was laberst du für eine Kacke, Mann? Ich habe... Junis, die war... Ich habe mich nicht gemacht, Mann, Wollens. Du vor zehn Sekunden reingekommen, ich habe gefragt, was ist los, sie hat gelacht. Wollens, ich habe gar nichts. Du hast gelacht? Wollens, ich habe gerade nicht gehört, oder was? Ich habe gerade keine Ahnung, was er labert. Was hast du gemacht? Du hast es mal, Junis. Au! Hale! Hale, Junis, du hast einfach so kündigt. Was, Sabri, klär mal auf, jetzt Wollens war das nicht. Hör mal auf, du hast eine Faxen, du hast es runtergefallen. Jetzt keine Faxen, du hast eine Blut an, was sind Faxen? Du bist eine Schauspielerin, Wollens, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier reingekommen vor zwei Minuten und danach... Ja, höh, 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 André. W-w-w-ist ohne Spaß. Ja, was war das, André? Ich bin vor zehn Sekunden reingekommen und habe sie angeguckt. Er hat sie ins Gesicht geschlagen. Was glaubst du für eine Kacke, war das sehr ernst gerade? Sag, bist du nicht nur mal im Kopf, oder was? Glaubst du das? Ja, klar, glaube ich, das war so ein Lügen. Ist dein Freund, mein Freund. Und sie lügt auch, oder was? Ich bin vor eine Sekunde reingekommen und habe gefragt, was mit ihr Gesicht ist. Guck dir das mal an, es ist voller Blut alles. Sag mal ehrlich mal, was erfindet ihr beide da, Wollah. Warum sagst du das, Bucke? Er ist reingekommen und er hat sie ins Gesicht geschlagen. Einfach so eine Grund. Warum soll ich auch einen Grund? Glaub mir, ich will... Sag mal die Wahrheit, Junge Grail. Ich werde ihn bescheren, wenn ich einen kallen will. Ey, sag mal die Wahrheit. Guck dir mal die Nase, er ist gebrochen, die Nase, oder? Sag mal die Wahrheit ganz kurz. Guck mal. Sag mal, warum schlägst du sie, Junis? Ich habe sie nicht geschlagen, ey, sag mal die Wahrheit jetzt. Oh, ich bin gerade hier reingekommen und du hast mich komisch angeguckt. Hast du eine Verschattung überlegen, Junis? Er hat gelacht, als ich reingekommen bin. Er hat gelacht. Ja, klar, er hat gelacht. Wollah hat gelacht, als ich schlägt. Warum sagst du, dass ich gelacht habe? Du kommst rein und schlägst deine Schwester. Deswegen habe ich doch deinen Vater sofort... Dein Ernst, Mann? Ich versuch deinen Vater. Warum? Warum? Kann sein, dass Mom das gewesen ist, Wollah. Nein, ich hab doch deinen Vater... Ich hab sie nicht mehr... Er hat das doch gesehen. Er hat dich gesehen, Mann. Was ist das für eine Kacke, Junis? Ich bin gerade hier reingekommen, Mann. Ich habe sie gesehen, sie war schon voller Blut. Ich war doch gerade... Ich war doch gerade Zeit unten bei dir. Wie soll ich das gewesen sein? Ich war doch gerade Zeit unten bei dir. Wie soll ich das gewesen sein? Hör, 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 hör. Sie hat... Sie hat... Sie hat... Sie war gerade unten. Dann kam sie hoch. Ich war ein, zwei Minuten. Hat sie geschrien. So, und wie? Haben sie gelacht? Ja, natürlich gelacht. Ey, bitte, sei mal ehrlich. Ich bin gerade hier reingekommen und danach... Ich war das, du. Ich schwör dir, die Wunde. Der hat es gebrochen, ich schwör dir. Mann, ich schwör mal. Das ist gar kein... Was? Du musst mich anpassen. Das ist kein echtes Blut. Ich seh das doch, komm mal her. Das ist kein echtes Blut. Glasblut, sag mal. Ey, was machst du? Ich wollte es anziehen. Das ist scheiße, der Mann. Wala, ich wollte es anziehen. Was machst du da? Du musst du waschen. Komm, wir ja waschen. Du musst du waschen. Du musst du waschen jetzt. Übrigens, das war ein Prank. Also, das war es jetzt mit dem Prank an Yunis. Yunis ist komplett drauf reingefallen. Und ja, ich glaube, es hat geklappt, oder? Klar hat es geklappt. Das war es von dir. Und du wirst mich nicht in die Nase boxen. Ja, das ist dir noch. Ja, ja. Also, der Prank ist auf jeden Fall gelungen. Genau. Und Yunis würde niemals seine Schwester schlagen. Nein, niemals. Er liebt sie über alles. Nur ärgern. Ja, nur ärgern auf komische Art. Mhm. Und der Reich gehört mir. Tschüss! Und der ist jetzt. Und jetzt gibt es die Schöne. Und dann gibt es die Schöne. Und dann gibt es die Schöne. Vielen Dank.